Guten Tag, Herr Takeda. Super, dass wir dieses Interview machen können. Sie haben jahrelange Erfahrung im Bereich von Kaizen-Beratung. Wie erleben Sie die Schweiz im Bereich von Verbesserungen? Sie sind ein bisschen sturkörperlich. Aber wenn Sie einmal überzeugt von der Sache sind, dann können Sie auch mit großer Geschwindigkeit an den Veränderungen arbeiten. Sie brauchen erst ein bisschen länger, um das zu verdauen. Aber wenn Sie sich einmal dafür entscheiden, dann können Sie auch schnell Veränderungen durchsetzen. Ja, das ist, was mir auffällt. Aber beim Sprechen haben Sie ja ein bisschen eine lange Durchlaufzeit. Das ist eine spannende Antwort. Was würden Sie dem Schweizer Management raten für die Zukunft? Ja, ich denke, es gibt viele Unternehmen, die ein enormes Potenzial beherben. Ja, und ich denke, das Potenzial wird aber nicht geschöpft, weil Sie zu lange an der bisherigen Vorgehensweise an Ihrer Historie zu sehr festhalten. Das ist schade um das Potenzial. Ja, es gab ja auch Zeiten, wo zum Beispiel auch die Uhrentechnik sich verändert hat, zu den Quarzuhren. Ja, wenn Sie diese Situation von damals immer wieder vor sich sehen, dann haben Sie genug Potenzial, sich weiterzuentwickeln. Ja, die Schweizer haben sehr gute Technologien und sie sind auch sehr fähig, aber es mangelt Ihnen manchmal am Mut zur Innovation. Ja, ich denke, wenn Sie an dieser Stelle sich verändern, dann können Sie sich wesentlich stärker weiterentwickeln. Ja, ich denke, es ist nicht das Problem, dass man ein eigenes Konzept hat und selbstbewusst ist und auch sich dessen bewusst ist, dass man ein gutes Niveau erreicht hat. Wichtig ist aber trotzdem, dass man den Gedanken hat, wir können uns noch mehr verbessern, wir können uns noch mehr verändern. Das ist entscheidend. Ja, das heißt, der Wettkampf, den man austragen muss, der richtet sich nicht gegen Konkurrenten, gegen andere Länder wie Deutschland, sondern gegen sich selbst, gegen sein eigenes Herz. Das ist sehr interessant, also spannende Antworten und Sie haben ja die Möglichkeit gehabt, mit Taishiyono zusammenzuarbeiten. Was haben Sie daraus gelernt? Haben Sie da eine Anekdote? Ja, ich denke, viele sind in der Lage, die Probleme zu sehen, aber entscheidend ist, dass man etwas umsetzt. Ja, der Grund ist eigentlich nebensächlich. Warum es schlecht ist. Wichtig ist zu sehen, was ist schlecht und was muss ich tun. Ja, und der größte Feind auf diesem Weg sind die Bestände. Zum einen haben Sie Informationsbestände oder auch Zwischenrufe zwischen den einzelnen Prozessen. Ja, das ist ein großer Feind. Ja, da müssen Sie wie beim Fechten den Feind auch bekämpfen. Sie müssen das kurz und klein haben. Mit dem Samurai-Schwert, ja. Samurai-Katanade. 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 Ja, die Samurai-Katanade. So, dann nehmen Sie selbst den Bauch auf. Okay, oh ja. Und, ähm. Wohin ist das mal. Nein, nein, das ist nicht top. Und was wollen Sie uns noch mitgeben auf dem Weg? Welche Empfehlung haben Sie für uns in der Schweiz in der Zukunft, dass wir weiterhin erfolgreich sind? Wie ist das, dass Sie die aktuelle Situation ablehnen und sich verändern? Dass Sie mutig sind zu verändern. Wenn Sie Mut haben, sich zu verändern, dann wird es auf keinen Fall schlechter. Sie können nur in eine gute Richtung gehen. Aber Menschen sind konservativ, deswegen können sich viele nicht verändern. Viele versuchen, sich zufrieden zu geben mit der aktuellen Situation. Das ist ein entscheidender Punkt. Dass man Mut hat, sich zu verändern. Dann sind Sie auch in der Lage, sich enorm weiterzuentwickeln. Ja, und wichtig ist auch, dass Sie nicht denken, die verschiedenen Führungskräfte sind das Problem oder das mittlere Management ist das Problem oder die Mitarbeiter an der Basis sind das Problem, sondern dass Sie denken, ich bin das Problem. Ja, ich bin derjenige, der die Veränderung hervorruft. Ja, das heißt, die Basis des Problems liegt immer erst mal an einem selbst. Das ist wichtig. Ja, das gilt nicht nur für die Schweiz. Auch in Deutschland zum Beispiel. Auch in Japan. Auch in Großbritannien. Auch in Frankreich. Ja, das gilt überall auf die gleiche Weise grundsätzlich. Das war's. Takeda, vielen herzlichen Dank für das freundliche Gespräch. Und es hat mich riesig gefreut. Und ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit in der Zukunft. Und wünsche Ihnen ganz viel Erfolg und vor allem viel Gesundheit. Und ich freue mich auch auf eine gemeinsame Weiterentwicklung. Und die Ausbringung unserer Arbeit besteht darin, dass die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, dass die sich beide enden. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, bitte, bitte. Vielen Dank. Vielen Dank.